Ja Leute, willkommen zu einer neuen Runde PropNight mit Seve und Papo und Sterzig. Und ja, Sterzig ist gerade spontan weggegangen, der kommt gleich. Wir übernehmen seine Rolle in der Zwischenzeit. Wir übernehmen seine Rolle. Wir müssen jetzt Sterzig spielen. Genau, wir spielen jetzt mit zwei Randoms. Es wird lustig. Ich hoffe, wir survive'n und let's go. Ich hoffe, es wird sehr random. Hey, guys. Wir sind Invoice. Stimmt, wir können auch Invoice machen. Let's go, guys. Let's have a great time. Wie redest du mit denen? Mit V. Hello, my friends. Hey, wir sollten eigentlich nur In-Game-Voice machen. Das wäre doch eigentlich lustig. Da kommt sie, die ist uns nicht warm. Okay, ich bin an einem Jen dran oder anderen mit einer Requisiten-Maschine. Oh, da ist er ja, der Sterzen. Oh, shit, sie hat mich nicht verloren, so scheiße. Was geht, Sterzen? Was geht denn da? Ich lege vorher auf dem Boden, sie hat mich verloren. Okay, gut, solange sie noch bei dir ist, ist gut. Aua! Ich glaube, sie hat mich nicht verloren. Ich wiederhole es, sie hat mich nicht verloren. So, irgendwie ist der Ton total laut. Wiggledi, 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 wiggledi. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis dann, Scherzig. So, du hängst jetzt. Ich hole ihn. Ja. Da schwebt ein Messer. Warum schwebt da ein Messer von mir? Das ist ihre Falle, die sie setzen kann. Die wird ausgelöst, wenn jemand in der Nähe ist. Ist sie jetzt weg? Ja, sie ist weg. Nee, sie ist noch da. Ja, die hängt hier rum. Okay. Unterhalten uns über alte Zeiten. Ist sie jetzt auch da? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder? Oh, Mann. Ich mach gerade meine Requisiten-Maschine fertig. Ich will jetzt aber nicht campen, oder? Ich hoffe, sie hat keinen Tinkerer. Nee, sie ist weg. Jetzt ist sie wieder da? Ey, so eine dumme Sau. Hier liegt ihr zwei Fallen. Hier sind zwei Messer. Ich hatte ihre Sammlung vollständig. Ist sie jetzt weg? Ja. Ja, sie ist bei mir. Oh, die Messer geht. Oh, mein Gott. Du bist gerade vor mir gespawned. Holy shit. Nee, ich war ein kleiner Papierflieger. Komm mal mit. Der ist verlustig hier. Oh, Alter. Den sieht man gar nicht. Guck. Da. What? Verlustig, oder? Ja, da hier. Origami. Ich will der Hase sein. Ist sie noch bei dir, Papo? Nee, sie ist bei mir. Okay. Hier fliegt eine Lampe durch die Gegend. Das bin dann wohl ich. Oh, da ist sie ja, ne? Sie ist gerade an uns vorbeigelatscht. Ja, ja, ich habe sie gerade ausgetrickst. Ja, die wollte uns nicht. Ist sie noch bei dir? Die war bei mir auf jeden Fall, ja. Ich sehe sie jetzt nur da hinten noch rumlatschen. Okay, weiter geht's. Lassen wir das Ding hier durch, die Russian. Also, sobald sie bei euch am Ass ist, dann bitte schreien. Ja, Röf wird angesagt. Okay, genau, Röf. Ich sage mal, mal ein bisschen Gold. Sorry, ich bin ein Failure. Ich bin gerade auf der Saga und meine Mama ist nicht stolz auf mich. Oh, fuck! Oh Gott, sie habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaube, sie ist bei euch, oder? Ja. Ich mache die Maschine fertig. Oh, sie ist unsichtbar, sie ist unsichtbar oben. Ich mache die Maschine fertig. Nee, sie ist auf gar keinen Fall bei mir. Ich kriege gar nichts Messer ab. Kein einziges Messer. Oh doch, Mist. Hast du auch einen Messer abkommen? Ist sie noch bei dir? Naja, sie hat mich gerade draufgesetzt. Also, ja. Sie kommt jetzt die Treppe runter, bis ich nichts sagen. Hey. Wir sind gleich ready Stößen. Perfekt. Ja, ich hatte leider gerade einen wichtigen Anruf, den ich nicht ignorieren konnte. Aber jetzt bin ich da. Alles klar, Stößen. Wo ist sie denn? Wer holt denn Seth? Ich bin geholt. Du bist geholt, sehr gut. Ich mache den jetzt fertig. Also, lenkt sie bitte ab. Ich will jetzt nicht, dass sie kommt. Oh, da kommt ein Buch. Da kommt ein was? Da kommt ein Buch. Ich habe eher, nee, ich war an dem Bilderrahmen. Da kommt ein Blubububub. Da kommt ein Blubububub. Oh, ich habe zu wenig Münzen. Ich kann mir nichts mehr kaufen. Ich habe einen Tod am Sessel. Verdammt. Nee, sie ist da. Ist sie bei dir oder bei mir? Ich weiß es gar nicht. Sie ist bei dir. Oh, verdammt. Nee, warte mal, wer ist denn das? Bist du, dass sie verfolgt wird? Ja, ich bin das, ja. Ja, ich bin das, ja. Klassiker. Und da kommt sie auch nicht durch. Also, verdammt. Ja, so kann man sich täuschen. Nein, nein. Jan ist fertig gleich. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich habe sie geslaut. Ich glaube, ich schaffe es. Ah, ah, ah. Geht rein. Du schaffst es. Und jetzt renn. Die Mobben ran. Man kann sie übrigens auch stunnen, wenn man ihr auf dem Kopf landet, ne? Das ist gut zu wissen. Ich bin Frosch. Echt? Man kann sie stunnen, wenn man ihr auf dem Kopf landet. Geil. Echt? Ja. Wie macht man das? Indem du ihr auf dem Kopf landest mit dem Sprung. Okay, let's go. Rush. Rush, 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 rush. Okay. Oh, mein Gott. Okay. Das schaffen wir. Die, die sich umschauen, sind cool. Oh, yeah. Ich wollte immer ein Truthahn sein. Oh, ich wickel, kann nur mehr blocken. Oh, ach, wie krass. Kann man? Ach, wie krass. Ich hab's gesehen. Ich hab's nicht mal bedenkt, weil ich tot bin. Ey, dann ist das ja voll OP. Ja, das stimmt. Man kann nicht gute Sachen machen. Boah, ey, das werde ich aber niemals mit euch spielen, sonst bin ich wie das Gurkenglas genug. Das hab ich jetzt so gehasst, die Folge. Das hat mich so aggressiv gemacht. War nicht in den Patch Notes, dass man jetzt ein Survivor mehr ist? Warum? Habe ich das Gefühl, die haben die ganzen Änderungen nicht durchgebracht? Ich hab auch nochmal gespielt. Zurückgenommen? Da war es auch noch nicht so. Oder haben die das vor? Oder war das ein... Ich glaube, du hast das einfach angelogen. Ja, die haben einfach scheiße. Oh, ist ich da? Oh, mein Gott. Wie konnte sie das nicht sehen? Oh, mein Gott. Okay, ich hab mir jetzt wieder so ein Buch gekauft. Das heißt, wenn die mich einmal erwischt, dann glaube ich. Dann kann ich entkommen, wenn ich es schlau anstelle. Plot, wisst du, ich werde es nicht schlau anstellen. Ey, die ignoriert mich richtig, ne? Loll, die sieht es nicht so... Ich hab das gesehen. Ich mach das schon das zweite Mal. Ich bin ein richtiger Dreister Sack. Okay, da kommt ein kleines Marmeladenglad. Oh shit, die Falle. So, jetzt aber. Komm, das schaffen wir, Billy. Oh shit, nice. Komm, sing für mich. Oh Johnny, warum hast du keinen... Entschuldigung. Oh wow, ey. Ich konnte nicht da drauf springen. Das ist manchmal richtig buggy. Ach, du versuchst dir die ganze Zeit auf den Kopf zu hoffen? Nee, nee. Aber kann man das mit jedem Gegenstand machen? Oder nur mit den schweren? Nee, das kannst du mit jedem, aber es ist schwieriger mit den Kleinen. Sie hättest ein Messer bei mir gesetzt. Ist der ein bisschen Weinflasche? Nein, gar nicht doch. Okay, danke dafür. Das ist eigentlich voll die gute Taktik. Das ist da, ist das, Achtung, Achtung. Die ist unsichtbar. Die sieht dich aber nicht irgendwie, ne? Doch jetzt. Ja, das war die geile Taktik. Dann geht nämlich einer wieder hin und macht weiter und versteckt sich dort als Gegenstand. Okay, okay, ich bin, äh, ich bin Holz. Die sieht mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich mach jetzt weiter. Ja, sie hat jetzt zwei Messer mit mir gesetzt. Okay, sie kommt zu mir, aber sie sieht mich nicht. Sie kommt zurück, ja. Sie sieht mich aber nicht. Scheiße, doch, sie sieht mich, sie sieht mich. Ich will schnell nicht los sein. Ich bin weg. Komm raus. Okay, ich hab Papo. Scheiße. Ah, mach den Jen fertig. Scheiße. Nein. Das gibt's noch nicht, Mann. Komm, ich schaffe das. Geht doch. Oh, das geht nicht. Bin ich schnell genug? Bin ich schnell genug? Oh, es wird knapp. Oh, ich hab's geschafft, Mann. Ich hab's geschafft. Gnu-Wiggle. Der Gnu-Wiggle. Gnu-Wiggle, Wiggle, Wiggle. That's the Jam. Bubeu, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Oh Gott, die kriegt mich hier unten nicht. Wie geil. Ich hab mich einfach unter dem Tisch versteckt. Die kriegt mich nicht. Ja, doch, die kriegt nicht. Alter, fühl dich nicht so sicher. Die geht jetzt. Sag Bescheid, wenn die weggeht. Die ist weg, die ist weg. Die geht. Die geht zu euch. Nee, sie kommt wieder. Die kotzt es richtig an, dass ich hier drunter bin. Aber die trifft mich nicht. Ah, sie ist bei mir. Mach in Ruhe den Jen. Ja, die trifft mich nicht. Der Jen ist dann fertig. Wir müssen die Türen aufmachen. Oh Gott. Ey, kannst du bitte von mir weggehen? Okay, ich öffne die Tür. Ey, die hast mich Hilfe. Okay, zur Hälfte offen. Warte, wo ist sie? Die ist bei mir. Die will mich unter dem Tisch schwecken. In der Küche. In der Küche, da wo die Truhe ist. So, sie geht jetzt zu euch. Sie geht jetzt zu euch, Schulz. Oh, nicht kotzen. Ich könnte rausgehen. So, die geht jetzt zu euch. Okay. Ich gehe raus, die ist bei mir. Ich komme. Oh, ich entkomme. Ich entkomme. Das ist aber gerade richtig gefühlt, ne? Oh. Die kleinen Dosen, Alter. Loll. Ich bin nochmal raus. Nein. 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 Das gibt es doch nicht. Nein. Oh fuck. Ach Mann. Was für ein Kack. Wo ist die andere? Das ist eine Dose. Die ist hinter dem Dose. Ja, die ist. Das ist dumm. Jetzt kämpft die dumme Sau auch noch, ne? Na klar. Was soll sie halt machen? Wo soll sie halt hin? Alcatra. The killer is chasing me. I'm being chased. Ich kann furzen. Ich kann furzen. Krass. Okay, jetzt wäre eine Gelegenheit. Ach komm, was für ein... Steht da. Okay, komm, hau ab. Sie will stun und dann kann ich es machen. Komm, hau ab. Oh ja, das ist ja komm. Jetzt, jetzt, jetzt. Und renn genug. Oh krass. Ey, als ob man... Geil, du bist ja der richtige Hengst hier. Ich wurde eigentlich gerade noch umgebracht, aber ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Komm mir kurz in der Ende weg. Oh krass ey. Applaus, Mann. Applaus. Applaus. Geile Runde. Geil, Geh, Geh. Geh, Geh. Am Geh, Geh. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das war eine geile Runde. Das war eine geile Runde. Jetzt kommt noch eine Runde mit Störsen. Let's go. Let's go. Ey, der Killer ist vor allem voll OP. Kann er sich nicht auch verwandeln? Ja, stimmt. Oh Gott, nee. Das ist stimmt. Wo muss das sein? Das stimmt. Das ist schillelelelelel. Ach, man ist ja in Ego-Perspektive. Ja, ich komme mit den Perspektiven auch immer nicht klar. Stimmt. Störsen war ja bis jetzt noch gar kein Survivor, ne? War echt? Hört ihr mich? Achso, wir haben was immer wieder. Hallo? Ja. Hört ihr mich? Ja. Oh mein Gott, das rad ist. Das rad ist voll krass, ey. Wenn man erstmal rollt, dann ist man voll schnell. Oh, was ist das? Ich hab geschmitzt. Und jetzt beruf ich euch. Geht mir das dann beim nächsten Mal. Oh mein Gott. Ey, Röf wird angesagt, ne? Los geht's. Wir machen den Jensen daumen. Oder machen wir nicht. Ja, ja, ja. Oh nein, das rad ist weg. Du bist unsichtbar. Ich sehe dich trotzdem ein guter. Waaah. Wieso? Ich weh dich. Siehst du nicht? Äh, bitte mach das aus. Ey, was machst du denn hier? Gar nichts, ich bin das nicht. Mann, woher? Da habe ich dich gefunden. Das war, das war ein nagelfester Plan. Also ist er bei euch? Mann, es ist keine Chance, mich zu sehen. Hör auf, du Reden, du hast keine Chance. Jetzt kommst du in den Stuhl. Das ist so, man versteht kein Wort mehr. Nee, das ist festen, mega. Wo ist er? Der steht da und guckt, aber ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht die für sich oder was du sonst noch so sagen. Ich bin wieder und retten. Er geht auf jeden Fall nicht zu dem Jan, wo wir gerade dran waren. Nicht da, sondern zu den anderen, wo ihr seid. Hey. Sorry, ich habe es mal wieder echt gefeilt. Wo ist er? Weiß man nicht, ne? Ja, ich bin jetzt gerade hinter Sterzig hier. Ich sehe auch quasi nur einen von euch. Nee, da ist noch einer. Holt jemand Seth? Ja, irgendwer muss mich mal holen. Oh, schön in den Sack verwandelt. Sterzig, richtig gut gemacht. Wie der folgt beim nächsten Mal. Ich hole dich jetzt. Aber wieso hat Sterzig jetzt weniger Zeit? Nee, das ist die Zeit auf dem Boden. Okay. Also einer muss ich jetzt mal holen. Ja, ich hole dich. Es wird brenzlig. Ich hole dich. Du hast den falschen ge... Warte mal, du hast gerade den Schenk. Oh, hallo, Gnu, du bist eine Flasche. Nein, das höre ich öfter. Eine Flasche. Mach mich los. Mach mich los. Oh, du bist im Feld, Gnu. Scheiße. Ich höre dich. Ey, ich kann doch jetzt hier nicht One Hook sterben oder was. Oder One Seed. Bist du der Stein? Bist du die Vogelscheuche? Hat dich jemand geholt, Seth? Nein. Warum nicht der andere? So ein Idiot. Weiß ich nicht. Bist du tot? Nein. Gleich, in 30 Sekunden. So, ich geh dann mal, ich geh dann mal Seth holen, ne? Oder mach das stärzig. Das Ding ist, ich seh halt nicht mal, wo er ist auf der Map. So, ich seh aber dich und du kommst jetzt auf diesen Stuhl. Okay, Dankeschön. Uh. Under pressure. Der Killer ist halt auch komplett lächerlich, dass er sich in Survivor verwandeln kann und so. Wo seid ihr denn jetzt auf einmal? Wir sollten den an. Wir sollten den an. Definitiv. Ja, vor allem, man weiß ja, eigentlich müssten wir, ja gut, wir können ja nicht sagen, welche Gegenstände wir sind, ne? Wer ist denn eigentlich die Kiste hier? Mann, das ist, das ist ihr seid, das ist voll eklig. Okay, auf den Stuhl mit dir. Oh, Seid, ey. Ich geh mal, ich geh mal stärzig holen. So. Under pressure. Solltet euch immer in Gegenstände verwandeln, ne? Ich sag's nur. Ich hör doch hier, wen im Feld. Hey, Seth. Oh nein. Das ist aber nicht in Ordnung. Und der andere hat sie direkt gewonnen. Was für eine spaßige Runde. Wie so eine Ziege in was verwandelt. Oh mein Gott. Tja, dann hab ich jetzt mal alle auf den Haken, oder? Im Ernst? Du kommst auf den Stuhl, stärzig. Ich hätte gerne mal 3D-Furz gemacht. Oh, Alter, das war knapp. Wo ist denn der andere? Das war gerade mega knapp, lol. The killer is chasing me. Oh no. Hey, auf mich nachzumachen. Oh no. Oh man, die stöhnen hier so ganz lüstern rum. Zwei Leute sind ja schon tot. Das gibt's doch gar nicht. Ja, weil ich zu lange auf dem Stuhl saß. Ah, der eine macht halt, der Rim macht halt auch, was er will, oder? Naja, aber sonst hätten wir auch gar keine Gents, glaub ich. Aber, ja. Nützt, glaub ich, nicht so viel, wenn das Team tot ist. Das ist halt immer die Abwägung. So, ich komm jetzt mal wieder da. Help me. Oh, ich seh da wen. Wart mal. Da ist doch wer, oder? Verträum nicht, Gnu, das ist, ist er. Ich glaub, sie ist der Stein. Aber ich bin mir ganz unsicher. Mann! Mann, so ein Scheiß. Ah, der Rim ist voll gut, der hat schon wieder einen Gen gemacht, ne? Nee, er sitzt nur an einem. Also, vorhin hat er einen gemacht. Ach so. Ja, aber das nützt ihm halt auch nichts, weil er schnuckt jetzt auch gleich. Ja, den Rim hab ich noch nicht so viel gefunden. Mann! Stößen, du bist so ruhig. So, mein U-Star, mein aller U-Star. Was bin ich? Du bist so ruhig, Stößen. Ja, ich bin ja tot, was soll ich sagen? Ja, was los mit dir? Was lustig ist. Ich wurde abgeschlachtet. Bist du jetzt ein YouTuber, oder nicht? Oh, Stößen, Stößen, Stößen. Oh. War er nicht gerade hier? Er hat mich geblendet. Er macht das aber gut. Ja? Er hat auch schon so einen goldenen Rahmen und so. Was? Echt? Ja, ja, unten, der Name Tag bei mir ist so komplett umgeben von goldenen. Ja, aber das ist einfach so ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob das groß was zu sagen hat, man kann das auch so ein bisschen customisieren. Ja, aber der hat bestimmt schon die letzte, er hat schon bestimmt ein bisschen gespielt. Also, wenn er, wenn er sich so viel Spiele interessiert, dass er das abändert, dann. Ja, aber er hat nicht mehr an Spielstunden als Papu. Das werde ich jetzt überprüfen. So, die Frage ist, wo versteckt ihr euch jetzt? Ihr seid bestimmt hier noch irgendwo. Hey, komm, willst du mich eigentlich verarschen? Du streamst meinst doch. So, du kommst hier drauf. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn der andere? Ich hab sogar noch Heilung, Mann. So, der gewinnt jetzt das Spiel. Ja, wahrscheinlich. Ja, der Rym. Weil der ist jetzt super schnell, der ist jetzt super schnell den Gents machen. Das würde ich feiern. Er macht den gerade, den einen, er, er macht dich weg. Rym, wer auch immer du bist. Oh, der, habt ihr das gesehen? Der steht gerade mehrfach an der Box. Ja, er hat genug Geld, ne? Ne, ja, meinst du? Oder kann man das switchen? Ja, der hat bestimmt echt viel Geld gesammelt. Zufällig. Also, ich hatte immer den Eindruck, es ist zufällig. Ja, aber wenn du genug Geld hast, kannst du bestimmt auch mehr kaufen. Ne, ne, das ist, das ist klar. Ich dachte, man kann die nochmal zumachen und dann irgendwie. Ah. Weißt du wie? Also, was ist jetzt sein Plan gerade? Er fühlt gerade einfach die Situation. Er ist halt gerade ein Stein. Er tut nicht so, als wäre er einfach so. Ja, das stimmt, dass er ein Stein ist. Verratet es doch nicht. Aber er lügt mich eh an. Er geht ja jetzt nach Hause. Also, sorry, aber Stein ist halt, ist halt sehr un... Was, sehr un... Uneindeutig. Naja, aber trotzdem kann man gucken, dann in der Gegend, ob es da was gibt. Wir sind trotzdem noch ein Team, auch wenn wir ihn nicht kennen. Ich glaube, wir kennen ihn. Der hat mich auch stärker und zurückgelassen. Das ist wahrscheinlich irgendeiner der Entwickler, oder? Ich denke, es ist ein Entwickler, ja. Definitiv ist es ein Entwickler. Definitiv. Aber er macht sich gut. So, definitiv. Er macht sich gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was Paypo vorhat. Ich bin auch sehr gespannt, was ich vorhat. Kann man auch Paypo anschauen? Nee. Nee, das wäre ja Ghosting und so. Ja, stimmt. Der würde das auch schon. Der würde schon Paypo anschauen. Aber alles gut, ich habe seinen Stream offen. Ich bin Slenderman. Der würde schon Paypo anschauen? Du bist echt Slenderman. Nee, du erinnerst mich an diesen komischen Typen. Da gab es auch mal einen, der hat doch irgendwie sich bei Chatroulette eingehackt und so geschminkt und hat dann Leute so verarscht. Genauso sieht der aus. Was? Ja. Ich glaube, da gab es nicht nur einen bei Chatroulette. Chatroulette. Brim. Das eigentlich noch? Äh, ja. Aber die Leute machen jetzt irgendwas anderes außer Chatroulette. Was machen die jetzt? Oh, Mäkle? Ja, genau. Oh, Mäkle. Das ist ja auch so strange. Also ich habe einen guten 3-Gen. Oh, Mäkle. Moinsen. Nein, Rimm. Alter, der sprintet da weg, Junge. Rimm. Oh. Oh nein, Rimm. Also Rimm, ich weiß nicht, was da in der Situation war. Ah, da ist er. Er haut aber ordentlich ab. Ja, ja. Das Movement? Ja, das war eine perfekte... Oh nein. War gar nicht schlecht von ihm. Muss man ihm lassen. Hat er gut gemacht. Oh nein. Kann es halt auch laufen. Ich denke gar nicht daran, wenn ich so ein Gegenstand bin, halt einfach mal so hoch zu swooschen, über Sachen zu tun. You all dead like noobs. If you say about you, yes, you're right. Wow, look at this. Losers. What? Was? Ich habe in den Chat geschrieben, Loob. Und er hat mich beleidigt. Stell dir vor, du disst jemanden wegen seinem Skill in fucking Drop Night. Oh mein Gott, Stanzig. Ja, ich bin Toxtig. Einfach komplett weggemacht. Oh mein Gott. Ich wollte ja die Drops geben. So. Okay, Leute. Noch schön vom Random weggedisst worden, aber er hat gut gespielt. Ach, schön. Checkt unten gerne in der Beschreibung per Bu safe und sterzig ab, denn da findet ihr auch tolle Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Diss. Und jetzt raus. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.